Ja, da wir Oasis heute noch überhaupt nicht gehabt haben, spielen wir jetzt Oasis, ja. Ich bin dafür, wir bauen ein Zelt auf. Ja, oder wir ziehen hier ein, wir haben bestimmt genug Zimmer hier noch. Ich spiele noch mal den Frosch. Ja, der passt mit seiner dezenten Bräunung auch ideal in so eine Oase rein. Drei, zwei, eins. So, dann hucken wir mal wieder. Oh Gott. Ich hoffe mal die Gegner haben große, füllige Helden ausgewählt. Das ist schon weg. Äh, oi, oi, oi. Ich, ich kann ja hier gar nichts machen. So, nächster Versuch. Das ist unser Punkt. Haltet ihn! Ja, ich würde mit Vorsicht auf den Soldier mal achten. Meinst du, der hat einen bösen Aim-Bot? Nee, aber der stirbt nicht. So, ich will mich jetzt voll machen und dann hole ich meine Ulti raus. So. Okay, Diga macht ganz schön viel Schaden. Das ist aber auch der denkbar blödeste Punkt, um, äh, Leben zu regenerieren gerade. So. Ey, was machen die für einen Schaden? Das ist ja heavy. Du bekommst ja keinen 2 Meter, wenn irgendeiner schoss, äh, geschossen ist. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich dachte immer, der Haken-Stunt auch noch kurz. Nicht bei einem geulteten Bastion. Aber was geil wäre, wäre halt echt mal ein schönes Video. Ein wirklich schönes Video. Ein wirklich schönes Video. Byer gut. Das ist ganz schönes Video. Ich bin ein Wettbewerb, aber ich bin ein Wettbewerb. nicht das Spiel, was ich heute auch noch gesucht habe. Ja, die wurden 99%. Das ist aber auch kein Zufall irgendwie. Wie oft sind es die 99%? Als ob die Spieler dann sagen, wir haben ja schon gewonnen. Oder die anderen, wir haben nichts mehr zu verlieren. Ja, ich habe es noch nicht einmal geschafft, eine Zollschaft zu tuteln. Und jetzt schon wieder Ultifastion. Mein Gott, ey. Da, ich kriege diesen Zollscher nicht. Das ist so anstrengend, ey. Okay, wir rappeln uns auf. Wir machen weiter. Wir stärken uns mit einem Schluck Apfelsaft. Apfelsaft? Und da geht es weiter. 4, 3, 2, 1, Runde 2. Nehmen Sie den Zielpunkt ein. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Der Beste will nur hopsen. Doppel-Kill klingt gut. Bereit zur Wiederbelebung. Okay, so. Wir suchen uns den nächsten Ärger. Weg ist er. Sehr gut, sehr gut. Boah, da sind so viele Gegner, ich weiß gar nicht, wo ich nicht fliegt. Nein, wie geht denn das? Die hat nur noch zwei Lebenspunkte gehabt und ich triffst sie nicht. Ich bin noch lange nicht fertig. Danke, aber wir akzeptieren kein Trinkgeld. Oh. Ei, ei, ei. Aha, in ihrem Schutzmodus kann man sie also nicht treffen. Okay. Drei Kills geholt mit der Ulti, sehr gut. Frustrierend, aber nicht schlecht. Aber ich glaube, das war jetzt noch ein Team, wurde ausgelöscht, Sound. Ich hab nämlich den Soldier am Ende noch geholt. Systemstatusbericht. Alle Werte im grünen Bereich. Ich bin einsatzbereit. Das dauert viel zu lange. Wird Zeit für ein bisschen Action. Ja, machen wir ein bisschen Action. Ja. So. Fünf Sekunden, vier Sekunden, drei Sekunden, zwei Sekunden, eine Sekunde und los geht's. Der Soldier sprintet vor und ich trotte hinterher. Oh, einfach nimmst du mich nicht. Alter, der Schutzmodus von der Orisa, der ist auch echt nicht zu unterschätzen hier. Hauptsache, der Punkt gehört uns. Wärst du schon wieder da? Das war ziemlich gut. Oben, äh, Orissa. Rechts oben. Äh, wo ist er? Wo ist er? Er ist tot. Okay. Komm her, lasst euch stabilisieren. Eine hellen Tat wird nicht vergessen werden. Oh, die Linke. 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 Come here. Nein, die Linke. O anxiety. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, die berühmten 99 Prozent. Okay. So, kommt noch wer? Kommt noch wer? Nee. Also das war jetzt echt ein Kampf, aber es hat funktioniert. Wie er sich gefreut hat eben, das hätte man normalerweise auffilmen müssen. Ja, dann braucht er auch eine Kamera. Wir haben eine, das müssen wir nur anschließen. 6.600 Selfie. Das ist richtig die Hälfte von dem, was ich komplett geheilt habe. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer würde ich mich natürlich über Likes und Kommentare dazu freuen. Ihr könnt auch einfach mal drüber nachdenken, mir ein Abo zu geben. Das hilft mir weiter und ihr werdet natürlich auch informiert, sobald es ein neues Video von mir gibt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.